Moderator? Check. Blumen? Check. Check. BMW? Check. Aber den müssen wir jetzt erstmal sauber machen. Was tut man nicht alles für unsere Gewinner? Das ist das sauberste Auto Deutschlands. Hallo, ich bin Felix von der Deutschen Postkulte. Wollen wir reinschauen? Ja, bitte. Oh mein Gott. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Steht auf beiden Seiten das gleich drauf. Oh mein Gott. Und ich habe noch etwas ganz Spezielles für Sie. Ja? Das ist der vierte Straßenpreis im November. Was ist das? Oh mein Gott. Gucken Sie, was da drüben steht. Ist das Ihre? Wunderschön. Wahnsinn, oder? Das ist wirklich unglaublich. Ich habe kein Wort. Ich habe in meinem Leben nicht so ein Glück gehabt. Was muss ich sagen? Dieses Jahr war es für mich ein sehr schlechtes Jahr. Okay. Okay. Ich bin geoperiert. Okay. Kann ich sagen? Oder? Sie dürfen sagen, was Sie wollen. Ich habe einen Tumor an meiner Kolum. Okay. Ja. Und ich denke, mein Gott, ist vorbei. Aber Gott sei Dank, was nur in dieser Seite. Und Sie haben mitgenommen und jetzt das. Mein Gott. Als haben Sie so ein schönes Weihnachtsgeschenk. Sehr schön. Mein Gott. Ich weiß nicht, wie alles arbeitet, aber Start. Kann ich starten? Nein. Besser nicht. Ist für mich. Aber ich meine, ich kann nicht glauben. Jedes Los im gezogenen Postcode gewinnt. Und vielleicht haben Sie das ja beim nächsten Mal. Viel Glück! Jaudiger von Tea. Jaudiger vonumble Wähler. modalista in die Besch Zigotsylicht werden kann. Jaudiger von